Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest.net unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Dino-Sitting. Und für diesen müssen wir die Konklave der Auserwählten in der Schlacht von Dazaar-Lore auf den Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, ohne dass ihr alle Raptoren tötet, die zu Beginn von Gongs Zorn beschworen werden. Und was sind das für Raptoren, wenn wir hier den Kampf anfangen? Nein, übrigens, die Reihenfolge ist egal, wie ihr die umboxt. Wir fangen hier halt mit Gong an, aber das ist Wurrisch, der ist am Anfang immer da. Ihr seht, hier haben wir gerade Gongs Zorn, das sind die Raptoren, die getriggert werden. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr schnell einmarkt. Und dieser eine Gemarkte, bei uns ist das in dem Fall grün, den kicke ich jetzt auch nochmal nach außen, der darf nämlich hier nicht weggeklieft werden, den damagen wir gar nicht. Der muss überleben. Alle anderen Raptoren werden hier sofort weggefokust und man spielt eigentlich den Kampf relativ normal runter. Dieser eine Raptor wird die ganze Zeit außenrum gekaltet und da wird auf jeden Fall kein Schaden drauf gemacht. Ihr solltet das Achievement hier auf jeden Fall im Normal-Modus spielen. Warum im Normal-Modus? Ab dem Heroischen-Modus kriegen diese Raptoren weitere Fähigkeiten. Und zwar, wenn sie zusammenlaufen, dann werden sie teilweise CC-immun. Und sie haben nur noch einen Move-in-Speed und ja, das wollen wir nicht. Im Normal haben sie das alles nicht. Im Normal verfolgen sie nur einen Spieler. Das switcht zwar trotzdem alle Hull mal, aber es macht es auf jeden Fall wesentlich einfacher, ohne die zusätzlichen Fähigkeiten. Das Schwierige hier an der ganzen Geschichte ist, dass man nicht versehentlich wegklieft, diese Dinos. Oder diesen Dino, den einen, den man am Leben lässt. Vor allem, wo ihr gerade gesehen habt, als wir zusammengelaufen sind hier bei der Parko-Fähigkeit, da ist es am besten, wenn der eine Spieler mit dem Dino außenrum läuft oder man es so macht, dass er mit reinläuft und andere, wie ich zum Beispiel als Druid, mit einem Typhoon knockbacken oder ein Monk hat ja auch diesen Ring, wo der Dino weggenockbackt wird, weil wenn der Boss da quasi mit drin steht, hat jede Klasse irgendwo einen Cleave oder einen Atarit-Proc, der auf den Dino haut und das ist suboptimal. Der hat relativ wenig Leben hier, vor allem im Normal-Modus und der ist ziemlich schnell tot. Deswegen am besten die Bosse in die Mitte, den Dino außen kiten und immer ein bisschen gucken nach den Switches, dass man auch sofort den Dino wieder nach außen bringt. Was euch helfen kann, man kann den Dino stunnen, man kann ihn auch ein bisschen slowen beziehungsweise, wie gesagt, auch mit Knockback-Effekten von einem fernhalten. Sonst ist es eigentlich nichts weiteres, sonst spielt man den Kampf einfach ganz normal runter, muss eigentlich nicht viel beachten. Wichtig ist, es kommen neue Dinos, deswegen solltet ihr auf jeden Fall den alten einmal marken. Die zählen nämlich nicht fürs Achievement, die neuen, die spawnen, die solltet ihr schnell möglichst wieder weghauen und dann einfach den Boss ganz normal runterspielen. Und wie ihr hier bei mir gerade seht, ist bei uns das Achievement jetzt aufgeploppt. Der Dino ist schon relativ low gewesen am Ende noch, aber Achievement hat gezählt, wunderbar. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.